Moin Leute, ich wollte euch ja nur einen ganz kurzen Tipp mitgeben. Wenn ich natürlich auch Tipps erhalte, möchte ich die auch gerne weitergeben. Und zwar geht es darum, falls bei eurem BMW E46 bzw. auch bei einem anderen Modell das Fenster nicht hoch geht, also sehr schwer hoch geht, kann euch was helfen und zwar ein Silikonspray. Ich zeige euch jetzt ganz kurz, ich blende nochmal die Werbung ab, dass später nicht heißt, dass ich die Werbung für die mache. Und zwar habe ich das Ding hier reingesprüht, Silikonöl, Silikonspray, in die Rillen hier rein. Da wo die Scheibe sozusagen drin ist. Und jetzt guckt euch das selber an, jetzt macht das überhaupt kaum Lärm und geht auch ganz locker hoch. Als vorher hat es nicht funktioniert, jetzt geht es super. Guckt euch das an, richtig geil. Ja, wenn euch dieser Tipp geholfen hat, lasst einen Daumen hoch. Danke dir, euch, ciao.